Ja, guten Morgen. Am gestrigen Mittwoch hatte ich eine Krise, eine richtig tolle Krise. Da ist was passiert, da dachte ich so, oh nee, das geht nicht. Ich bin nicht beziehungsfähig, ich kann das nicht machen. Ich bin jetzt seit kurzer Zeit mit dem Mädel zusammen, das ich seit 6,5 Wochen date. Und es ist eigentlich alles auch total schön. Also nicht nur eigentlich, es ist schön. Ja, ich habe ja vor kurzer Zeit, jetzt bin ich in der dritten Woche, wo ich seit jahrelangem 7 Uhr Training dieses Training aufgehört habe zu geben und mich auch derzeit von jahrelangem Schlafmangel erhole. So langsam hat sich mein Körper jetzt auf so mehr als 8 Stunden Schlaf eingependelt. Ich wache immer so gegen 7 auf, zwischen 7 und 8 und gehe eigentlich immer um halb elf ins Bett. Das ist meine Zu-Bett-Geht-Zeit, da werde ich müde, da gehe ich ins Bett. Da bin ich auch recht diszipliniert mit. Und ja, statt wie in der Vergangenheit über die letzten Jahre immer um 5.15 Uhr vom Bäcker gewechselt zu werden, schlafe ich jetzt halt bis 7. Manchmal bis 7.30 Uhr. Einmal kam es auch vor, da habe ich bis halb elf geschlafen, einfach weil mein Körper sich mal echt ein bisschen erholen musste. Und jetzt würde ich sagen, bin ich langsam erholt und habe mich so eingependelt auf diese 8,5-stündige Schlafenszeit, was echt gut ist. Also wirklich, ich fühle mich deutlich besser. Trotzdem werde ich nachmittags immer noch müde und am Abend falle ich ins Bett. Aber egal, es ist mit Sicherheit gesünder und ich fühle mich besser. Aber auf der anderen Seite habe ich deswegen jetzt auch viel weniger zu tun. Wenn ich dann ein Training gemacht habe bis 8.30 Uhr, bis ich dann zu Hause war, da war es schon fast Mittag, irgendwie mehr oder weniger. Da musste ich mich erst mal dann auch ein bisschen erholen, dann war es schon fast Mittagzeit und dann war ja auch schon Nachmittagszeit und dann fahre ich wieder zur Arbeit. Also da hatte ich halt echt viel zu tun und jetzt habe ich das Gefühl, echt wenig zu tun. Also streng genommen fahre ich ja erst, wann fahre ich zu IPA. An manchen Tagen fahre ich schon um 15 Uhr los, an manchen um 16 Uhr und habe dann offiziell um 20 Uhr Feierabend. Also das ist schon ein bisschen wenig Arbeit, wenn man das nur fünf Tage die Woche macht. Ja, und naja, auf jeden Fall war es halt diese Woche die ganze Zeit so, dass ich halt vormittags absolut keine Termine hatte. Und meine Freundin ist aktuell wirklich extrem krank. Also sie war sogar eine Notaufnahme, weil sie hat irgendwie irgendeine Infektion. Ich weiß jetzt gerade gar nicht was. Sie hat es auch nicht verstanden was. Auf jeden Fall, sie sieht aus wie der Tod. Also wirklich, es ist schlimm. Also trotzdem natürlich süß und hübsch so, aber wirklich, also man sieht richtig, dass ihr Körper komplett von dieser Infektion mitgenommen wird. Und ja, ich war dann halt jeden Tag bei ihr, weil ich habe mich halt irgendwie nicht angesteckt, was auch immer sie hat. Und ja, fahre dann halt einerseits, um sie zu sehen, weil sie ist jetzt wirklich seit einer Woche, also seit letzter Woche glaube ich schon, zu Hause und hat den ganzen Tag absolut gar nichts zu tun. Fahre ich halt zu ihr, um ihr ein bisschen Beistand zu leisten, um mir ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Und dann fahre ich da dann meistens so gegen 14 Uhr los zu IPA. Und das Gute, auch wenn es eigentlich ein bisschen nervig ist, also mittlerweile fängt es an, mich zu nerven, weil ich die Strecke jetzt mittlerweile jeden Tag immer fahre, und das schon seit Tagen, es dauert halt eine Stunde dahin. Also sie wohnt in Harburg, hinter dem Bahnhof, also da, wo Harburg schön wird. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen, das sind über 20 Kilometer mit dem Fahrrad. Dauert es eine Stunde. Was nicht schlimm ist, weil die Strecke fahre ich eh super oft. Für meine Fahrradtouren bin ich da schon so oft lang vorbeigefahren. Weil da Richtung Harburger Berge ist es halt echt schön und so. Also stört mich das gar nicht. Und gerade jetzt, wo ich eh viel Zeit habe, ist die Stunde Fahrzeit halt dann irgendwie auf eine Stunde, wo ich was zu tun habe. Dann fahre ich von da aus durch den alten Eck-Tunnel wieder zurück zu IPA und habe wieder was zu tun. Und dann noch die paar Stunden mit ihr. Also ist eigentlich alles total schön. Sie befindet sich jetzt auch endlich auf dem Weg der Besserung. Also gestern war der erste Tag, wo ich gedacht habe, okay, sie sieht wieder ein bisschen gesünder aus im Gesicht und so. Auf jeden Fall, gestern ist Folgendes passiert. Ich hatte, ich war ja auch vor zweieinhalb Wochen oder so recht doll erkältet und habe dann halt auch, weil ich nicht mehr aufnehmen konnte, meinen wöchentlichen Rhythmus, ein Lied aufzunehmen und zu veröffentlichen, nicht mehr einhalten können, weil ich es einfach nicht aufzeichnen konnte, das Lied. Also es ging einfach nicht. Meine Stimme war komplett im Eimer. Und gestern war der erste Tag, wo ich das Gefühl hatte, dass meine Stimme wieder okay war. Und habe deswegen angefangen, das nächste Lied in meiner Liste, wo es um die einzige schöne Zeit in meiner Kindheit geht, in Lea, Ostfriesland, wo ich für dreieinhalb Jahre als Kind gelebt habe, aufzunehmen. Und das hat nicht funktioniert. Das, was ich damals geschrieben und auf einer Demo-Version gemacht habe, das hat irgendwie jetzt nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Der Beat hat mir nicht mehr gepasst. BPM-Zahl war zu schnell. Dann habe ich versucht, was runterzuschalten. Dann habe ich mich ständig verhaspelt. Und dann war das so eine richtig, richtig nervige Sache. Ich hatte zwar was zu tun. Es war halt irgendwie 8 Uhr morgens, als ich schon mit meiner ganzen Arbeit fertig war. Als ich um 7 Uhr aufgestanden bin, habe ich kurz gefrühstückt. Bin kurz am PC gegangen, habe meine ganze Büroarbeit fertig gemacht. Und um 8 Uhr war ich absolut arbeitslos. Bis ich um 12 Uhr mein nächstes Highlight haben würde. Mittagessen. Dann habe ich halt angefangen zu versuchen, dieses Lied aufzuzeichnen. Und war richtig abgefuckt. Weil es hat halt, wie gesagt, nicht funktioniert. Der Beat hat mir nicht mehr in den Kram gepasst. Ich habe mich ständig verhaspelt. Und ja, das war irgendwie alles ganz doof. Dann bin ich voller Frust an den Fernseher gegangen. Und habe eine Serie geguckt, was ich eigentlich sonst nie tue. Aber jetzt habe ich ja Zeit. Und dann habe ich halt eine Folge von einer Serie geguckt. Und habe dabei dann die Idee bekommen, einfach einen neuen Beat für dieses Lied zu suchen. Bin ich bei YouTube zu meinen Lieblingsbeat-Produzenten hingegangen. Und habe geschaut, was die so in letzter Zeit released haben. Und dann habe ich einen Beat gefunden, wo ich so dachte, Boah, geil, ey, der ist richtig dramatisch. Der ist richtig geil. Aber dann war das halt so, das Lied, das ich damals geschrieben hatte, das hatte irgendwie keine Hook. Ich habe einfach das durchgeschrieben, durchgeschrieben, durchgeschrieben. Das waren dann, glaube ich, 70 Zeilen. Was schon recht viel ist. Wenn man bedenkt, dass eine Strophe im Rap meistens 16 Zeilen hat. Und eine Hook hat meistens 8 Zeilen. So kommt man, wenn man ein Lied mit 3 Strophen hat, was ja auch schon tendenziell etwas mehr ist. Meistens hat man 2 Strophen auf 48 Zeilen. Und das Lied hatte 70 Zeilen. Und keine Hook. Aber der Beat war so, dass er eine Strophe, eine Hook, eine Strophe und eine Hook hatte. So und dann ging es los. Dann musste ich, weil erstmal 70 Zeilen, das kann man ja, das muss man ja auf 3 Parts aufteilen. Und das sind dann deutlich längere Parts als 16 Zeilen. Dann habe ich den Beat so umgebaut, dass noch eine dritte Strophe mit reinpasste. Und das war dann irgendwie schwierig, weil dann hat das da irgendwie nicht mit dem Takt hingehauen. Und dann musste ich das irgendwie so ein bisschen tricksen, dass das dann doch irgendwie hingehauen hat. Dann musste ich noch eine Hook schreiben, weil ich hatte ja keine Hook geschrieben. Und die Zeilen aus den Strophen konnte man dafür auch nicht benutzen. Dann habe ich da halt, wie gesagt, noch 8 Zeilen für eine Hook geschrieben. Und dann musste ich diese 70 Zeilen auf 3 Parts aufteilen. Und ich habe das, glaube ich, gemacht auf 5 Vierer, also 20 im ersten Part. 7 Vierer, also 28 im zweiten Part. Und 6 Vierer, also 24 im zweiten Part. Das müsste jetzt, glaube ich, 70 ergeben. Oder auch nicht. Auf jeden Fall hat das dann gepasst. Ne, da musste ich noch 8 Zeilen dazu schreiben, damit das passt. Auf jeden Fall hatte ich, wie man vielleicht gerade merkt, plötzlich richtig was zu tun. Ich hatte richtig krass was zu tun. Weil dann habe ich, wenn mein Kopf durchdreht und ich plötzlich irgendwie am Rattern bin, am Machen, am Denken bin, dann bin ich auch glücklich. Merkt man, glaube ich, gerade auch. Auf jeden Fall war ich dann halt von der puren Langeweile in den puren Wahnsinn und war mega glücklich. Und dann habe ich voll die Zeit vergessen und dann war es plötzlich 12.15 Uhr. Ich habe meine Mittagszeit vergessen, weil ich esse normalerweise immer um 12, weil ich dann auch echt Hunger habe. Und dann hatte ich mich halt mit meiner Freundin auch verabredet gehabt, dass ich nachmittags essen zu ihr fahre. Und ich kann doch jetzt nicht essen, nur um dann aufs Fahrrad zu steigen und zu ihr zu fahren, wo ich die ganzen letzten Tage schon war. Aber ich hatte mich halt mit ihr verabredet und hatte ihr das halt auch versprochen, dass ich komme. Nur in dem Moment war mein Manie-Modus einfach aktiviert und ich musste dieses Lied fertig machen. Och, da habe ich so gedacht, nee, ich kann jetzt nicht zu ihr fahren, das geht nicht. Ich muss das hier fertig machen, ich kann sonst nicht funktionieren, das geht nicht. Ich bin einfach so, das ist einfach so bei mir. Wenn ich was im Kopf habe, dann muss ich das zu Ende denken, zu Ende machen, zu Ende fantasieren, was auch immer. Und ja, dann war ich mir aber nicht sicher, wie sie darauf reagieren würde, wenn ich ihr sage, du, sorry, ich habe keinen Bock jetzt zu kommen, ich muss jetzt hier meine Sachen weitermachen. Und dann bin ich tatsächlich, weil ich die Beziehung schützen wollte und ihr das aber auch persönlich erklären wollte, was ich jetzt gerade im Video erkläre, nur dass ich jetzt schon viel ruhiger bin als noch gestern, zu ihr gefahren. Und habe ihr das alles erklärt. Und das war so schlimm, diese Stunde Fahrradfahrt, weil ich fuhr ja die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich wollte ja eigentlich wieder nach Hause, um mich ans Mikrofon setzen zu können und das aufzunehmen und zu gucken, wie das klingt und so weiter und so fort. Och, nee, ey. Und dann war ich irgendwann bei ihr angekommen und habe sofort gesagt, wir müssen reden. Ich musste sofort was erzählen, weil ich konnte, ich war richtig, richtig, richtig durcheinander, ne? Weil ich eigentlich hier gerade was anderes machen wollte. Dann habe ich das einmal alles erklärt und das war halt, wie gesagt, noch viel schlimmer als jetzt gerade, weil ich viel mehr durcheinander war, viel mehr, äh, viel mehr so schnell geredet habe und so weiter. Und dann hat sie es aber gecheckt, dass das eigentlich echt wichtig gewesen wäre. Und dann hat sie gesagt, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Was ich ganz süß fand. Ja, war ich mir aber echt unsicher, wie sie darauf reagiert hätte, wenn ich alles am Telefon erklärt hätte, weil da wäre das, glaube ich, nicht so gut rübergekommen. Dann bin ich dadurch zur Ruhe gekommen, habe ein, zwei schöne Stunden mit ihr verbracht und dann zu IPA gefahren und habe das jetzt heute, einen Tag später, alles fertig gemacht. Und es ging auch. Es war schwer. Besonders diese Stunde Fahrradfahrt. Die war wirklich schwer, weil ich mich in die falsche Richtung sozusagen bewegte. Obwohl ich ja eigentlich zu ihr fuhr, was ja eigentlich die richtige Richtung ist. Ja, auf jeden Fall, ich bin doch beziehungsfähig, glaube ich, und ich versuche es jetzt einfach weiterzumachen.